Vor etwa vier Tagen, am 14. Mai, hat mich diese wunderbare Nachricht erreicht. Dem Staat wird etwas zurückgegeben, es werden Steuergelder eingetrieben. Dem Volksverpetzer wurde die Gemeinnützigkeit entzogen. Ja, das ist ja natürlich der absolute Kracher. Wie kann das sein? Niemand ist gemeinnütziger als Thomas Laschik und seine emsigen Aktivisten, die sich selbst als Faktensucher, als Faktenchecker, als Wahrheitssucher, seltener aber Finder dieser bezeichnen. Thomas Laschik und sein Konglomerat an Aktivisten ist ein Verein mit einem ideologischen Ziel, alles, was irgendwie rechts ist, in Deutschland zu verteufeln, zu framen, Parolen zu spinnen, populistisch zu hetzen gegen jeden, der anders denkt als sie selbst. Clickbait ist eigentlich sein zweiter Vorname. Da reicht es, einen Blick auf die Webseite von volksverpetzer.de zu werfen. Und da wird ganz eindeutig klar, was das Konzept dahinter ist, linksradikale bis linksextreme Parolen zu brüllen, dem politischen Gegner alles rechts, der Linkspartei zu verteufeln und eben Stimmung zu machen. Und das macht der Volksverpetzer seit vielen, vielen Jahren. Und seit vielen, vielen Jahren ist er als gemeinnützig eingestuft, eingeordnet worden vom Finanzamt. Und das bedeutet, dass sie massive steuerliche Vorteile die letzten Jahre genossen haben. Sie mussten auf die Spenden, die sie erhalten haben, keine Steuern zahlen. Außerdem waren sie dazu berechtigt, Spendenquittungen auszustellen, was wiederum für die Leute bedeutet hat, die Geld gespendet haben, dass sie das eben beim Finanzamt einreichen konnten. Mit der Spendenquittung, mit dem Nachweis, ist das Ganze dann steuerfrei. Und mittelbar nachdem Thomas Laschik dieses Video, diesen Beitrag veröffentlicht hat, haben sie natürlich um weitere Spenden geworben. Und ihr dürft raten, wie viel da mittlerweile zusammengekommen ist. Trommelwirbel, ich verrate es euch, es sind fast 60.000 Euro. Und das ist das, was sie selbst transparent auf ihrer Internetseite angeben. Die Begründung des Finanzamtes, warum man ihnen die Gemeinnützigkeit entzogen hat, ist laut seiner Meinung nach die folgende. Volksverpetzer ist seit 2019 gemeinnützig. Wir setzen uns ein gegen Disinformation und Hass im Netz, gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und fördern damit die internationale Gesinnung, wie es so schön in unserer Satzung heißt. Und das haben die Behörden bisher auch so gesehen und nach einer Prüfung im Jahr 2021 auch nochmal bestätigt. Ende April erreichte uns jetzt aber das Schreiben, dass wir ab dem 23. April keine Spendenquittungen mehr ausstellen dürfen. Und man uns rückwirkend bis 2021 die Gemeinnützigkeit entzieht. Und uns somit Nachzahlungen in einem hohen fünfstelligen Betrag erwarten. Warum? Das wissen wir nicht so genau. Unsere von Beginn an unveränderte Satzung soll unter anderem nicht mehr den Anforderungen entsprechen. Bei der letzten Anfrage im September 2023 war das im Übrigen eigentlich noch kein Problem gewesen. Wir werden uns natürlich noch weiter mit der Behörde austauschen. Ob die hier nur einen Fehler gemacht haben oder ob wir irgendwelche Missverständnisse aus dem Weg räumen können. Das glaube ich ihm an dieser Stelle nicht so ganz, dass er nicht wisse warum. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird in dem Bescheid vom Finanzamt drinstehen. Solange er uns diesen aber nicht transparent zeigt, ist für uns natürlich auch nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund tatsächlich dem Volksverfetzer die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde. Aber Stand jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir können für die Spenden keine Spendenquittung mehr ausstellen. Auch vergangene nicht. Das tut uns sehr leid. Sollte irgendjemand deshalb seine Spende zurückhaben wollen, verstehen wir das natürlich vollkommen. Und wir bekommen das Geld natürlich sofort zurück. Meldet euch dazu doch bitte an buchhaltung-at-volksverfetzer.de und sagt uns doch bitte, wann und worüber ihr wie viel gespendet habt. Und allen anderen danken wir natürlich weiter für eure kontinuierliche Unterstützung. Volksverfetzer ist zu 100% durch Crowdfunding finanziert. Und diese Entscheidung jetzt kostet uns nicht nur jede Menge Geld. Auch von dem zukünftigen Support bleibt jetzt viel weniger übrig, um unser Engagement im Kampf gegen Desinformationen und die Feinde der internationalen Gesinnung möglich zu machen. Wir können jetzt dann viel weniger machen als vorher. Wir dürfen aber weiterhin Spenden annehmen, nur noch keine Quittungen mehr ausstellen und müssen mehr Steuern drauf zahlen. Und danke, danke, wenn du uns bisher unterstützt hast und das jetzt auch noch weiter vorhörst. Wir wären buchstäblich ohne dich nicht hier. Aber wenn du jetzt wütend sein solltest, dass jemand wie Volksverfetzer nicht gemeinnützig sein sollte, aber zum Beispiel eine Partei wie die AfD Millionen vom Staat bekommt, Das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Nicht nur die AfD, auch andere Parteien wie zum Beispiel die Linkspartei erhalten Millionen Euro Steuergelder vom Staat. Das perfekte Gegenbeispiel wäre ein Verein gewesen, den er nicht gut findet, der ebenfalls die Gemeinnützigkeit erhalten hat, zugestanden bekommen hat vom Finanzamt und diese auch weiterhin behält, obwohl Thomas der Meinung ist, dass diese ihm entzogen werden müsse. Das wäre ein passender Vergleich gewesen. Aber auch hier sehen wir wieder, es geht ihm um Aktivismus. Das ist keine Meinungsbildung, auch nicht wie das Finanzamt angeblich kritisiert haben soll, dass ihre Arbeit zu nah am Journalismus sei. Völliger, völliger Schwachsinn. Also das, was dort gemacht wird, könnte nicht ferner von einem seriösen, einem ehrlichen Journalismus sein, als ich es mir nur irgendwie vorstellen kann. Doch Korrektiv ist ähnlich weit entfernt mit ihrer wunderbaren Geschichte, die sie sich über Potsdam ausgedacht haben, mit ihren freien Wertungen und ihrer Meinungsäußerung dazu, die man dann geschickterweise als Fakt verkauft hat und was natürlich auch von vielen Medien als glaubhaft und als Fakten aufgenommen und aufgefasst wurde. Und das Ganze hat man dann eben so wiedergegeben. Jeder, der mit ein bisschen Rechtsverständnis und auch ein bisschen Hintergrundwissen zum Journalismus diesen Text gelesen hat, dem war von Anfang an klar, dass es sich dabei um Meinung und Wertung handelt. Allerdings sind viele Medienhäuser in Deutschland, viele Journalisten offensichtlich nicht mal dazu in der Lage, da unterscheiden, da differenzieren zu können. Dann richte deinen Protest bitte nicht gegen das Amt. Bitte, die machen nur ihren Job. Stelle deine Forderungen lieber an die Politik. Denn das Amt hat auch gesagt, dass unsere Arbeit zu nah an der von Journalisten sei. Und bis jetzt gibt es noch keinen gemeinnützigen Journalismus. Der Überzeugung bin ich übrigens auch, wir brauchen tatsächlich unabhängigen Journalismus. Die Idee dahinter war ursprünglich mal tatsächlich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Diese müssen sich nicht selbst finanzieren. Der Beitrag wird zwangs eingezogen. Ansonsten kommt der Gerichtsvollzieher vorbei. Ihr habt nicht die freiwillige Wahl, ob ihr diesen Beitrag zahlt oder nicht. Davon könnte dann unabhängiger Journalismus finanziert werden. Wir müssen mittlerweile, jeder, der den Fernseher abends anschaut und die Tagesschau guckt, der weiß, wie unabhängig dieser Journalismus tatsächlich ist. Daher gehört der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner jetzigen Form abgeschafft. Genauso sollte es auch keinen grundsätzlichen gemeinnützigen Journalismus geben, weil sich dann eben aus den linken Strukturen, die sich im Staat und an anderen Institutionen überall breitgemacht haben, solche Blutsauger wie der Herr Laschig und sein Aktivisten-Konglomerat bei Volksverpetzer, das nichts anderes zu tun hat, als politisch unliebsame Personen Tag ein, Tag aus zu denunzieren, diese werden sich dann noch mehr an die Zitze des Staates saugen, der ohnehin schon ihnen durch die Gemeinnützigkeit enorm viele Vorteile bisher zugestanden hat. In der Satzung vom Volksverpetzer, die er angesprochen hat, unverändert, findet sich übrigens noch dieser Passus drin. Bei Auflösung oder Aufhebung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Gesellschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter und den gemeinen Wert, der von den Gesellschaften geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an Korrektivrecherchen für die Gesellschaft GmbH, Essen, Handelsregister und so weiter, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden hat. Das heißt, hier besteht irgendein ziemlich enger Zusammenhang auch mit Korrektiv. Übersetzt bedeutet dieser Passus, dass die Gemeinnützigkeit in ihrer Satzung eben einen Passus festgeschrieben haben werden muss, was mit dem Vereinsvermögen passiert, wenn sich der Verein auflöst. Das kann man sehr allgemein formulieren oder wie in diesem Fall mit Korrektiv eben auch sehr konkret. Entscheidend ist dafür, dass der Empfänger selber gemeinnützig sein muss. Und das ist Korrektiv meiner Meinung nach leider auch immer noch. Im Jahresabschluss vom Jahr 2022 finden sich in der Bilanz, die öffentlich gemacht werden muss beim Volksverpetzer, Rückstellungen in Höhe von über 90.000 Euro. Jemand aus meinem Umfeld, der sich da ein bisschen auskennt, meinte, dass am ehesten diese Rückstellungen und möglicherweise auch Gelder, die nicht für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Satzung oder so, wie es eben das Finanzamt dann eben interpretiert, dass diese Gelder eben nicht zweckgebunden verwendet worden sind. Und auch diese Rückstellungen sind für einen gemeinnützigen Verein in dieser Höhe, in dieser Form eher unüblich. Und sofern das weiterhin Bestand hat und nicht, wie Thomas Laschig vermutet, es sich dabei nur um einen Fehler der Behörden handeln könnte, dann kommen möglicherweise auch noch ganz andere Dinge auf ihn zu, denn dann geht es auch um Steuerhinterziehung. Das wird sich in Zukunft zeigen. Auch da werde ich euch natürlich selbstverständlich auf dem Laufenden halten, was das Thema angeht. Der Volksverpetzer kann sich immerhin einer Sache sicher sein, die Lemminge, die Gläubigen von ihm, das sind wahrscheinlich ähnlich Gläubige wie die der Klimasektenbewegung, die werden weiterhin fleißig spenden, denn das ist der große Unterschied zwischen Linken in Deutschland, Linken-Gutgläubigen, die bereit sind, sehr viel Geld intensiv in die Hand zu nehmen, für ihre Sache und ihre eigenen Leute zu unterstützen, mit enormen Summen. Das ist der Unterschied im Gegensatz zu den klassisch Rechten, die ja eher eine Meinung vertreten, die sich eher an den Kapitalismus anlehnt. Und ich finde das auch absolut richtig. Das macht es nur für Menschen, die gegen das System arbeiten, gleichzeitig auf das System angewiesen sind, so wie jemand wie ich zum Beispiel, macht es für die Leute es deutlich schwieriger, sich zu refinanzieren. Das ist eine der vielen Herausforderungen, vor denen ich stehe, vor denen auch ein Krauzone-Magazin steht und Herausforderungen, vor denen ganz, ganz viele andere stehen. Bei Linken ist es so, dass sie einen Zweck haben. Sie kämpfen gegen die neuen Nazis. Man suggeriert ihnen, wir würden unmittelbar vor 1933 stehen. Und das ist ja das, was der Deutsche quasi in seiner DNA hat. Der Kampf gegen den Nationalsozialismus, gegen die Nazis. Ganz viele warten auf ihren persönlichen 1933-Moment. Und für viele scheint der schon da zu sein. Und in dem dann der selbsternannte Faktenchecker, sogar Medienpreise sind Blogger des Jahres geworden. Sie sind durch die Bank, durch viele Medien, auch durch Politik hochgelobt, völlig zu Unrecht. Allerdings wird damit eben suggeriert, ihre Rolle sei im demokratischen Prozess, im demokratischen Diskurs in Deutschland besonders wichtig. Und dann sind eben die Menschen auch bereit, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Neben der Tatsache, dass sie unverhältnismäßig häufig von staatlichen Geldern und Strukturen profitieren. Das sind alles Finanzströme, auf die wir nicht zurückgreifen können. Den größten Gefallen, den ihr mir tun könnt, ist, indem ihr den Kanal abonniert, die Videos teilt, sie bewertet. Eine gewisse Interaktion mit den Beiträgen sorgt für mehr Reichweite. Und dann springt am Ende des Monats bei den Google-Werbeeinnahmen doch noch vielleicht ein bisschen was rum. Das soll kein Gejammere sein, das ist einfach eine Tatsache und Dinge, die halt auch einmal klar ausgesprochen werden müssen und sollten. Wer mich und meine Arbeit trotzdem zusätzlich unterstützen möchte, findet dazu Möglichkeiten unten in der Videobeschreibung. Das geht entweder über Patreon, über PayPal oder weitere Möglichkeiten, die sind dort unten aufgelistet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Schreibt mir gerne eure Meinung beim Volksverpetzer und auch zum Thema Gemeinnützigkeit unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das für gut haltet, ob ihr sagt, naja, ich bin der Meinung, dort wird grundsätzlich neutral entschieden oder vielleicht verfolgt da jemand auch eine Agenda. Das wissen wir natürlich alles nicht, weil wir den Inhalt des Bescheides nicht kennen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe bisher, war, dass die Behörden grundsätzlich, zumindest wenn es um die Finanzämter geht, absolut fair arbeiten. Vielleicht hat auch jemand da draußen andere Erfahrungen als ich gemacht. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um hier nichts mehr zu verpassen und wir sehen uns im nächsten Beitrag wieder. Bis dahin. Macht's gut. Jetzt kommt die Eierfrau und bimmelt mit ihrer Glocke. Klingt, als wäre ich auf einem Bauernhof.